Hallo Leute, willkommen beim Nischvogelschwarm. Dies ist Teil 77. Ja, alle haben fleißig gearbeitet und darum mache ich jetzt mal einen neuen Tag. So, und jetzt gucken wir mal, ob unsere Nischlinge hier bei den Palmenbäumen verschont geblieben sind. Und ja, du kannst also das hier einsammeln und dann schnell davonfliegen. Und du kannst das nicht einsammeln, aber auch schnell davonfliegen. Wo habe ich jetzt ein Schmatzgeräusch gehört? Muss ich doch mal gucken, das klang wie so ein Egel. Roku, Tawan, Dukroru hat ein Egel gekriegt. Na, da müssen wir gleich was gegen tun. Zack, weg ist er. Und immerhin bedeutet das ein Futter. Das ist doch gar nicht schlecht. Ihr könnt vielleicht einfach mal die nächste Bucht in Angriff nehmen. Dann, so, arbeitet ihr euch mal so Schritt für Schritt dahin vor. So, da sind Fische. Hurra, endlich wieder Fische. Naja, die hauen jetzt natürlich ab. Logisch. Kommst du da ran? Nee. Na, so ein Pech. Aber vielleicht erwischen wir sie beim nächsten Mal. So. So, und du kannst keine Beeren sammeln. Genau, das muss ich mir mal merken. Und hast aber ein Nest gefunden. Das ist sehr gut. So. Ja, jetzt gucken. Oh, oh, oh. Hier, unsere Kleine ist groß geworden. Die kleine Rela. Super gut. Da haben wir, glaube ich, schon alle Wünsche verbraucht. Und wahrscheinlich können wir uns auch noch gar nicht dieses Schnurrgesicht wünschen. Und wahrscheinlich wird bei den beiden auch kein Schnurrgesicht rauskommen. Weil bestimmt die Knackerschnauze dominant ist. Aber wir können ja da schon mal einen Anfang machen. Gut. Hüpf du jetzt mal in das Nest. Und vielleicht kriegen deine Enkelkinder dann auch Schnurrköpfe. So, hier. Papa ist schon ganz erschöpft. Na, ist auch anstrengend, dein erstes Kind zu zeugen, nachdem du so lange gewartet hast. So. Was können wir denn hier Vernünftiges machen? Er kann schon Beeren sammeln. Wenn es denn Beeren gäbe. Geh mal hier hin und sammle ein bisschen Gras. So. Ja. Und hier unser fliegender Weg. Er kann zwar tauchen, aber nicht angeln. Das ist natürlich schon traurig, nicht wahr? Aber ich würde sagen, du kannst dich hier mal langsam auf den Weg machen. Genn Wasser. Und du kannst auch tauchen und auch nicht angeln. Und nicht mal fliegen. Aber ihr geht zusammen in Richtung Wasser. Das ist eure Bestimmung als Tauchfähige. Zoom. Na, was hat da gequietscht? Wer kann hier fliegen in der Umgebung? Ah, hier so viele Kaninchen. Alle warten. Ah. Tu. Aber du musst das hier erstmal einsammeln. Okay. Und dann kannst du dieses hier erwischen und auch einsammeln. Gut. Das hat sich doch gelohnt. So. Und ihr macht jetzt die normalen Dinge, die Nieschlinge halt so machen, wenn der Tag lang ist. So. Hüpf einfach mal hier hin. Ja. Und du hüpfst mal hier hin. Und machst Gras weg. So. Das zieht sich schon ein bisschen auch mit der Futtervermehrung. Weil es einfach an vielen Stellen kein vernünftiges Futter zu sammeln gibt. So. Da müssen wir mal gucken, wo es die nächsten Würmer gibt. Hier gibt es Würmer. Na, immerhin. Das war doch schon mal was. Gibt es da auch Würmer? Nein. Da gibt es nur einen potenziellen Partner. Gucken wir doch mal. So. I und K. B und C. Ihr könntet eine letzte Chance, die hübschen Fliegenpilzgene rüber zu retten. Und dann hüpfst du ins Nest. Und dann kriegen wir in der nächsten Runde zwei Babys. Das ist doch gut. So, Kunu. Kunu ist auch so einer, mit dem weiß ich gar nicht so recht, was ich mit dem anfangen soll. Ist ein ganz toller Nischling hier mit Giftsähnen und Gehirn. Und sieht toll aus mit seinen Marienkäferzeichnungen. Kann auch einiges. Aber ist irgendwie kein Wassernischling. Kann auch nicht fliegen. Und ja, ist so einer, wo man dann erst schauen muss, was fängt man mit dem eigentlich Sinnvolles an. Okay. Du hast dich jetzt nochmal verewigt. Du kannst dich hier jetzt schön ins Gebüsch zurückziehen und deine letzte Nacht genießen. Und du, unser schönster Fliegenpilz von allen, waltest deines Amtes. Hier ist wenigstens klar, was hier gesammelt wird. Das ist sehr praktisch. So, seid ihr jetzt alle müde? Und hier haben wir überhaupt niemanden sitzen. Mal Tab-Taste. Ah ja, du wartest auf dein Baby. Das ist verständlich. Und du? Du weißt nicht so recht, was du mit dir anfangen sollst. Das ist okay. Dann machen wir mal einen neuen Tag. So. Und interessante neue Babys. Ein Vogelschnabel. Na, das ist doch niedlich hier. Hat die Fliegenpilz-Maserung vom Papa. Also nicht so ganz Fliegenpilz, weil die Flecken sind ja nicht wirklich weiß. Aber so in der Richtung. Hat niedliches Geweih und Vogelschnabel. Das finde ich sehr niedlich. Kann auch ganz viel. Beeren sammeln ist stark. Kann graben und Nüsse knacken und angeln. Ein super Weibchen. K und B. Ich glaube, das könnte auch ganz gut sein. Ja. Und einen inaktiven Wasserkörper. Auch nicht schlecht. Dann wünschen wir uns vielleicht gleich mal einen Wasserkörper. Und wünschen wir uns noch was. Nö, ich glaube, sonst lassen wir sie einfach so, wie sie ist. Vielleicht entstehen ja noch Wünsche. Aber die wird bestimmt mal eine schöne Mutter werden. So, und Rana, du kannst dich jetzt ganz stolz einen Schritt zurückziehen. Oh, das waren zwei Schritte. Hier, kannst du dich etwas an den Bären stärken. So, und du, mein kleiner Marienkäfer, was kannst du hier machen? Oh, Nüsse knacken. Das ist gut. So, und jetzt gucken wir mal, was... Du heißt Rela, oder? Rela, genau. Was Rela für ein Baby gekriegt hat. So, jetzt machen wir erstmal einen schönen Screenshot von Rela. Rela und ihrem Baby. So, wir könnten den stolzen Vater auch dazu bitten, zu den Familienaufnahmen. Hier, hüpf mal hier hin. Genau, und wache über deine Familie. So. Jawohl. Mit Blick auf das süße Baby. Okay. Gut. Jetzt können wir endlich gucken. Duck Wanku. Mit einem Flügel. Klar, wenn nur ein Elternteil Flügel hat, kriegt man maximal einen Flügel. Oder man kriegt dann ziemlich sicher einen Flügel. So ist das nun mal. Aber ansonsten eine Klaue. Und gar keine Schnurrschnauze im Erbgut. Ja, aber ein interessantes, niedliches Männchen. Hm. Nee, kann angeln. Sogar mit Stärke 2. Das ist schon etwas besser als die anderen. Ich denke mal, den werde ich dann auch zu einem Angelteam schicken. Dann können die, die tauchen können, die Fische auf ihn zutreiben. Sowas in der Art. Okay, ich denke, ihr solltet es einfach noch mal probieren. Wo ist das nächste Nest? Da. Und hier ist auch eins. Gut. Dann hüpft du erst mal hier hin. Und der Papa probiert es mit der Befruchtung. Jawohl. Und du hüpfst gleich ins Nest. Jawohl. Und du bleibst bei deinem Baby, würde ich sagen. Einer muss ja aufpassen. Vielleicht nicht unbedingt bei diesem Stamm, aber besser ist es. Hm. Nix zum Sammeln. Musst du ohne Essen schwanger sein. So. Wannro. Irgendwie hatten wir für dich auch mal eine Partnerin vorgesehen. Die Frage ist nur, wo ist sie denn? E und H. Hm. Vielleicht ist sie schon gestorben. Wahrscheinlich. Denn hier habe ich niemanden mit einem mittleren, orangenen Symbol. Wohl. Ja. Du hast es auch nicht leicht. Du hast zwar tolle Giftzähne, aber kannst wenig mit denen anfangen. Oh, hier ist ein Hase. Den kannst du kurz erlegen. Gut. Und du kannst Gras wegmachen. Was bleibt dir anderes übrig? Und du machst das gleiche wie immer. Es kommt einfach niemand, obwohl du so schön rufst. Es ist eine Unverschämtheit. Und du könntest noch mal auf Kaninchenjagd gehen. Oh, das ist gerade eins zu weit weg. Aber hier. Mehr Heis kann das fangen. Vielleicht kommt ja noch eins. Ah, da, da. Das kannst du erlegen. Super gut. Wir haben schon 493. Also jetzt am Ende der Sammlung. Wirklich gezählt wird dann nach dem Schlafen. Also da gehen dann wieder 20 ab. Aber wir nähern uns der 500. Und ich würde sagen, wenn wir 500 haben, dann fange ich an zu gucken, wen haben wir, wen schicken wir auf die Reise und so weiter und so fort. Das wird sich dann noch hinziehen. Bis die dann mal unterwegs sind, haben wir dann vielleicht sogar schon 600. Aber häufig kommt da gar nicht mehr so viel zusammen, wenn die erst mal unterwegs sind. Ach, jetzt habe ich gedacht, oh, ich habe ihn zu tief geschickt. Kein Problem. Der hat ja Kiemen. Das ist ja der Witz davon. Das ist das Besondere. So, und du hättest eigentlich auch Kiemen. Brauchst die aber gerade nicht. Warum ist denn dein Bruder unter Wasser? Vielleicht, weil du noch nicht schläfst. Ja, du könntest eigentlich einen Schritt weiter gehen. Gut, dann ist er auch unter Wasser. Jetzt können sie erstmals ihre Wasserfähigkeit unter Beweis stellen. Aber ich werde die natürlich hierhin so schicken. Okay. Also, weiter geht's. Du sammelst Beeren. Jawohl. Und du sammelst Nüsse. Gut, du wartest auf dein nächstes Baby. Alles klar. Und ihr versucht, die Fische zu fangen, die inzwischen vor euch abgehauen sind. Da. Fische, Fische. Hurra, Hurra. Hier. Da. So. Du kannst mal hier hinspringen. Super gut. Endlich. Oh, das war jetzt irgendwie ein Sprung zu viel. Aber endlich mal wieder Beute. Super gut. Gut. Ich denke, das war's dann auch mit dieser Folge. Und worauf ich jetzt ganz toll hoffe, ist, dass wir in dieser Paarung wenigstens ein oder zwei Nähschlinge kriegen, die auch inaktive Schnurrgesichte haben, dass wir das dann so nach und nach rein züchten können und dann mal einen Heiler in unserem Stamm haben. Denn mit dem Schnurrgesicht kann man heilen. Okay. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.